hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video aus der halle 77 ich bin richtig richtig bockvoll warum bin ich so bockvoll bockvoll ist fünfzylinder kult ich habe jetzt in den letzten videos öfters mal ein paar fiestas gezeigt ein paar polos gezeigt kadett c ganz viel und ich habe aufgelesen marco ist ein bisschen wenig fünfzylinder geworden und ihr habt gerade im sammeln erkannt worum es heute geht wir haben ein t3 docker und dann noch mit einem ganz geilen umbau aber was soll ich jetzt hier lang rumstehen auf der stelle lasst uns zum auto gehen und man wissen was heißt du hast das ja schon gesehen ein paar mal haben ein bisschen was dran gemacht jetzt sieht er erst mal bekommen was völlig geil aus das auto haben wir auch in dem ist zustand mit den felgen in der farbe so gekauft aber die bracke wie ihr seht ist hinten schwarz der war wirklich leider sehr rostig hinten kann zeigen oder vielleicht sieht man es noch hat der ralf ja schon gemacht hier sind so sachen rausgebrochen weil das ist leider geschweißt was mir persönlich auch nicht so gefällt ich fände es halt geiler wenn noch dieses originale scharnier wäre man könnte ihn klappbar machen und normalerweise wäre das ja zu dadurch dass sie aber nicht klappbar sind könnte es ja da nur gar nicht mehr beladen ich habe mir jetzt überlegt ich werde hier ein winkel hin machen da am winkel hin machen und so ein brett reinschieben das wenigstens die sachen die hier drauf liegen nicht runter fallen können aber das wichtigste unser fünfzylinder motor und zu dem motor gibt es auch einiges zu erzählen der lief erst nicht richtig da war alles mögliche verstellt und ich habe ihn ja direkt mal auf dem stand gestellt und wir hatten 15 natürlich 136 ps was müsste der haben also 120 88 88 besser nur gehabt und dann habe ich ja okay wir verfügen war dann war alles was man verstellen kann an dem motor verstellt mittlerweile sind wir bei der leistung von 121 ps für 15 da sehr sehr gut mehr leistung wie unser frisch aufgebaut aufgearbeitetes coupé was wir auch gemacht haben kommen wir haben den innenraum etwas schöner der wagen war von ihnen komplett nackt da war gar nichts drin die sitze standen einfach da drin das war's armaturen brett war leer wir hatten keine türverkleidung werden keine teppiche werden hier keinen filz keine fußmatten keine lüftung kein gebläse kein himmel und wie du siehst hinten dieser immer noch leer vielleicht einfacher hinten dieser noch leer keine verkleidung kein gar nichts und das habe ich alles schon nach und nach so ein bisschen gemacht für mich ist das ein highlight weil es im 15 jetzt ich kann ich kannte diese busse noch aus früherer zeit wo ich 18 19 20 war hast du irgendwas schon gesehen was dir so auffällt oder was was ich finde einfach die form ultra geil also das ist der tiefer natürlich der ist fürchterlich tief also das ist das vor und nachteil guckst diese radläufe hier sind auch ausgestellt also sonst würde das gar nicht da drunter passen normal wir zeigen meine normalen t3 warte normalen t3 hat eine relativ gerade kante da würden die räder gar nicht drunter gehen jetzt habe ich aber ein großes problem mit der optik weil das haben wir ja schon mal dadurch dass der hinten so rostig war und wir die farbe noch nicht rausgefunden haben welcher farbton das ist und gleichzeitig das auto auch relativ bunt ist weil wenn ihr genau hinguckt siehst du dass hier oben das heller wird das sieht das sieht man glaube ich gar nicht das ist ein helles blau siehst du aber auch wenn du von hinten guckst hier unten ist es auch ein helleres blau also mit den lackfarben hat es einer nicht so ernst genommen und vielleicht finden wir noch die originalfarbe von dem bus das ist die originalfarbe des bus also dieses auto ist schon bunt wie ein flummi jetzt haben wir das erst mal schwarz abgesetzt ich persönlich finde sieht aber scheiße aus ist also echt nicht so gut aus gibt mir mal zehn sekunden ich bin gleich mal hier jetzt hatte ich überlegt das farblich abzusetzen aber welche farbe kannst du zu blau gut passen machen weil das dach wie gesagt auch ein ticken heller ist kommt jetzt nicht so rüber aber ist deutlich habe ich mir überlegt sonst hat tun das dach und gleichzeitig hier die bracke ach beig ja so ein bürger ist find sie nicht vor das weiß ich nicht marco aber ist welche farbe wird das lange in der sonne heute auch wie kommst du auf griech ja weil das eine retrofarbe ist 1 6 das sieht doch nicht schlecht aus wo ich glaube das da aber vielleicht habt ihr eine idee ich weiß es noch nicht über ein schwarz sieht es falsch aus am geilsten wäre natürlich die originalfarbe weil der rest des busses muss man auch mal sagen ist gut normalerweise hier aber eine kleine rostblase jeder von euch wird sagen war marco komplett schrott aber die sicken von dem auto hier zum beispiel radläufe einstiege hier überall kein sichtbarer rost wird wahrscheinlich alles gemacht deswegen eine voll lackierung für das auto kommt auf gar keinen fall in frage ich dachte mir ein schönes alt weiß würde dazu gut passen oder so ein blabisch war oder bin ich noch nicht sicher weil irgendwas müssen wir absetzen aber was reden wir jetzt so viel wir wollen ja nicht nur reden wir wollen auch mal zeigen also ich bin gespannt was du dazu sagst wie so ein bus fährt wie sich das anfühlt weil wir sitzen ja wie du gleich sie ist auf der achse komme ich springe ins auto und fahren eine große runde so vorsichtig einsteigen hier ist ja vorsichtig weil die tür so hoch also wenn ich die jetzt aufkloppt wie eine beule im auto kleiner fett tummel muss mich hier rein quetschen weil es mir recht hoch merkt dass sie aber es hört sich auch an wie eine halle hier drin das gute ist wir haben ja hier schon gedämmt drin warum heißt das locker doppelkabine also es gibt ja auch eine pritsche einen t3 pritsche das bedeutet du hast nur hier dann ist hier ende jetzt runter und eine pritsche ist da und hier hast du ja noch mal eine sitzbank die haben wir auch schon oder die müssen wir dann zum sattler bringen den ganzen hinteren raum müssen wir noch fertig machen ich sage dieses auto ich glaube der motor wurde vor zehn elf jahren hier eingebaut oder schon etwas länger her und seitdem wollte den jeder mal fertig machen ich weiß nicht ob man es kennt es war wieder alles zerlegt nichts funktionierte richtig keine tür verkleidung keine teppiche sieht ihr jetzt hier schon mal echt ich glaube ich finde kein bild wie der original aussah deswegen wollte ich ihn auch noch nicht zeigen und typisch fünfzylinder wer kennt sich dass sie so ein bisschen schlechter anspringen oder zack hühnos getickt hatte jetzt sofort da was noch geil ist hier vw bus t3 mit servolenkung das ist schon mal selten wenn du jetzt keine servolenkung hättest mit den dicken walzen da vorne drauf keine chance guck mal sie ist das schaltschema an das fällt ja auch ja dass die 1 ist links die 1 ja der erste erste gang das ist wie beim z g track getriebe sind dass der zf sport getriebe glaube ich heißen aber auch aufpassen weil sonst ist es ja du könntest zuckt der rückwärtsgang der rückwärtsgang ist hier ach musst du unterdrücken auch aber was du jetzt machen würde sehr du dich da drauf kommen wird es auch kein pin mal wird es jetzt so machen den ersten guck mal könntest du rein theoretisch auch anfangen wir fahren jetzt im zweiten gang also die will das jetzt gar nicht auf weil das liegt aber auch daran die haben wir halt einen relativ drehmoment starken motor und ich glaube das auto wie das in dem video gesehen habt habt ihr euch gefreut ich glaube hier gibt es eine riesen community was t3 bus betrifft wirklich riesig jetzt fragt ihr euch verkaufst du den definitiv bleibt der in der halle 77 erst mal irgendwann wird vielleicht alles mal verkauft aber sowas bekomme ich ja kein zweites mal wieder also sehr sehr schwer oder extrem teuer und das auto stand bei kleiner zeichen drin habe ich mich selber gewundert hat wieder mal keiner gekauft also falsch es war einer da das hat ihm nicht gefallen aber ich muss dazu sagen so wie er jetzt aussieht kauft dem wahrscheinlich jeder auch schon für viel geld aber da wo er angeboten wurde war es halt nicht so geil das getriebe ist auch so ein bisschen guck mal zack vierte gang drin so ein bisschen wappelig also da merkt man das ist natürlich auch eine riesen umlenkung müsst euch vorstellen hier vorne ist der schallpin unser motor ist ganz dahin am ende so jetzt habt ihr so eine stange unter mit der umlenkung eine riesen stange die nach hinten geht die aufs getriebe kreist und wenn da ein in der ein gelenk ausgeschlagen ist oder eine gummiführung ausgeschlagen oder gar fehlt ist dann habt ihr so so ein suppenkaspertopf hier zum beispiel sehen wir noch die lampe blinkt siehst du das das bedeutet eigentlich dass zu wenig kühlwasser drin ist oder der motor überhitzt ist aber in dem fall ist weder noch das haben wir schon überprüft was und was mir aber auch wieder auffällt der tank ist wieder leer aber wie soll es auch sonst sein aber hier ist auch ganz schön warm ja weil kummer keine dämmung blaues dach füllen wir einfach deswegen ist das in ihmel da ich sage ja hier wartet noch einiges auf an arbeit auf uns und wenn wir das von vornherein gezeigt hätte saß echt hier drin war echt nichts schön nichts schön es war kein gebläse nichts nichts mehr kein schalter kein gar nichts keine radioblende hier war keine hebel die verkleidung fehlte auch alles fehlte aber ich habe das auto gesehen ich habe den motor gesehen habe das muss ich haben merkst du dass das wir auf der achse sitzen ja wenn wir wenn wenn wir lenken ist es komisch auf jeden fall aber das geilste ist ich weiß gar nicht ob es rüber kommt hört sich an wie ein 50 also das ist 15 in der sound und ihr habt gemerkt das war der zweite gang der macht schon auch für den bus ein bisschen schub hättest du bock das zu tun nein nein sicher ja weil das ist ja schon zügig das ist jetzt nicht so dass das langsam ist aber ich bin stolz darauf heute muss man echt stolz darauf sein dass alles hier getüft und eingetragen ist das ist ein ganz wichtiger aspekt auch für das h kennzeichen das auto hat ja ein h kennzeichen oder wird bei uns ein h kennzeichen bekommen weil es ein zeitgemäßer umbau ist und da werden wir uns natürlich alles beschäftigen sound ist geil der auspuff kommt bei dir an der seite raus das ist alles serien auspuffanlagen teile also das ist glaube ich eine schalldämpfe anlage von der mercedes oder von dem mondeo glaube ich wo der eingangsrohr auch gleichzeitig das ausgangsrohr ist weil wir haben ja platzmäßig müsst euch vorstellen dass der motor gedreht der motor guckt er jetzt mit der riemscheibe der zahnrieme abdeckung nach hinten und das getriebe hier vorne ist vom t3 wieder also eine ganz komplizierte technik und gleichzeitig will die auspuffanlage in dem falle wenn der motor falsch rum drin ist wo wir die auspuffanlage richtig die will er nach vorne also muss das ganze ja gedreht werden aber ist hier gut gelöst aber trotzdem dass das die serienauspuffanlage ist und die mutung und was sie auch gut findet zu dem sound ihr seht jetzt leider den tacho wahrscheinlich nicht jedoch richtig machen wir den dritten gang rein wir denken dran wir sitzen in einem alten bus wir fahren jetzt die geschwindigkeit von fast 120 km h also das ist für den bus beschleunigung kraft alles völlig ausreichend also das fühlt sich alles bomb an was wir jetzt mal zeigen könnt ihr habt ihr gesehen den ersten gang und das ist das was ich meine ich bin mir ziemlich sicher dass viele busfahrer von euch bin mal gespannt was ihr dazu sagt auf den zweiten gang anfangen ich glaube schon dass man da oft auch im zweiten gang mit anfährt dann probiere ich nämlich jetzt mal aus weil wir haben hier einen drehungen starken motor ich würde gar nicht auffallen dass jetzt im falschen angefangen also ich glaube viele die schaltfaulen die fangen gar nicht erst im ersten gang an aber an sich cool benutzen die als kämpfer oder was richtig ja eine t3 drucker jetzt nicht unbedingt aber es gibt ja in westfalia zum beispiel also ganz normalen muss da hast du ja mit innen den ausbau das hier die t3 pritsche würde ich eher sagen war das typische oder d3 pritsche und drucker also die typischen baustellen autos bieten drauf schippe bisschen asphalt fünf money in das auto oder konntest du von baustelle zu baustelle fahren oder steine maurer fliesenleger ich glaube all diese sachen weil du konntest ja auch die pritschen damals runterklappen was bei dem leider nicht mehr geht und zum beispiel euro paletten darauf stellen mit baumaterialien und gleichzeitig fünf leute mitnehmen zur baustelle und dann gab es natürlich die idee rein multivan das sind dann so die autos die zum camping benutzt wurden aber hier haben wir wirklich die sportlich gemachte drucker das heißt also der wagen ist hier tiefer gelegt 17 zoll vorne acht und halb mal 17 hinten zehn mal 17 auf der hinterachse und das ist halt so ein richtig zeitgemäßer umbau was mir also nachteilig auffällt du merkst die huckels die spürt man schon weil das fahrwerk mit der extrem tiefer legen natürlich schon hart an seiner grenze ist also ein stückchen höher dürfte wieder sein problem ist dann sieht er nicht so cool aus aber ich bin mir ziemlich sicher dass dieses auto ja ein richtiges richtiges kult auto ist also ich glaube da verstehen mich viele dass sie sagen okay markt und das verstehe ich das passt auch gut zu eurem konzepthalle 77 wenn wir unseren t5 bus den wir ja noch haben irgendwann mal sagen okay die melden wir ab und nehmen das hier als unseren werkstatt bus weil hiermit kann man ja auch sachen abholen der kaufaspekt dieses auto auf jeden fall zu kaufen war fünfzylinder wo ich das gesehen habe 15 und ich wusste es wartet noch einiges an arbeit und es ist auch noch einiges an arbeit dass er so ist wie ich mir den vorsteller aber das grundgerüst des autos steht schon bombe da und ich sage dir für den bus ist das eine gute beschleunigung und es fühlt sich auch geil im während mit verbindung mit dem motorsound ist das sehr bombe das gute ist auch eine anhängerkupplung also hiermit kannst du auch richtig was machen der sparsamste wird es nicht sein aber wie gesagt du hast ein kult auto mit einem kult motor verbunden also hier ist meiner meinung nach die volle punktzahl an kult status erreichen mit dem t3 kann man macht man nichts falsch nein der t4 hat auch eine riesengroße beliebtheit ist der nachfolger aber ich glaube der t5 t6 und t6 2 1 3 8 oder wie sie jetzt auch alle heißen das ist dann schon wieder schwierig ich glaube der richtige kult status ist natürlich t1 t2 t3 t4 gibt es auch eine große community ich weiß zum beispiel dass viele t5 fahrer die sich eingekauft haben zurück auf t4 wieder gesprungen sind t3 ist glaube ich mit der t2 community die größte glaube ich aber allein hör mal besitzt in einem bus normalerweise denkt man jetzt an so klappernden diesel klingt eher wie ein sportwagen hört genau hin das klingt so geil das teil um es noch mal kurz anschaulich zu zeigen das thema ausruferlage was wir gerade besprochen hat der motor sieht es ja so als ob er jetzt vor dem motor oben steht der ausruf will ja in die richtung aber reicherlich müssen wir ja hier hin wird super schwer genauso wegen den rädern weil seilig sind ja die räder wegen platzangebot hier geht der motor lang und guck mal hier unten siehst du die ausrufanlage ist das da vorne dann macht sie den topf und dann geht es hier raus und da ist unser kleines endröhrchen und jetzt hör mal man hört wenn man das nicht hört dass das fünf zylinder ist dann weiß ich es auch nicht so jetzt aber auf dem prüfstand jetzt bin ich gleich gespannt drauf was der 15 heute an leistung hat weil ihr wisst ja die sind ja auch mal so die launisch sind die nicht vorstellen das ist interessante damit jeden tag zu fahren jeden tag weiß ich nicht aber eigentlich wenn man ehrliche spricht nichts dagegen es ist halt groß ich bin mir ziemlich sicher dass es leute gibt die dieses auto oder so ein auto täglich fahren noch man darf sich vergessen das ist auch ein super daily also super jeden tag auto wir haben im vierten gang gemessen wir haben ein fünfgang getriebe im vierten gang bei 6200 umdrehungen fahren wir eine echte 158 km h das bedeutet wir haben noch einen fünften gang rechnerisch könnte das auto bestimmt zu 190 fahren schafft er aber nicht weil wir einen windwiderstand haben wie eine schrankwand jetzt bin ich gespannt heutiger tag heute hat er nicht so einen guten tag wie gesagt wir hatten bei kaltem wetter 121 ps jetzt haben wir nur 115 ps 171 newtonmeter aber guck mal bei 15 und umdrehung fast volles drehmoment über das ganze leistungsband hinaus deswegen fühlt das ganze sich auch so extrem kräftig an und der nachteil ist wir haben den motor ja hinten und die ansaugung ist jetzt hinten hinterm rad da kommt ja kaum kalte luft hin das natürlich nachteilhaft aber das kann man alles verbessern und was wir alles noch verbessern und wie es auch dem auto weitergeht seht ihr in den nächsten drucker videos und ganz viele 15 videos